Ken Walker's Clinic ist das innovativste medizinische Rehabilitationszentrum im Kaukasus. Wir haben das grösste Team von Rehabilitationsexperten. Amerikanische und europäische hochtechnologische Rehageräte helfen uns, Patienten die neuesten Methoden und Technologien anzubieten. Unser Therapieteam führt in der ganzen Region die Behandlung der Patienten mit unterschiedlichem Rehabilitationsbedarf. Wir sorgen abgestimmt für individuelle Bedürfnisse und Ziele der Patienten. Beim Rehabilitationsprogramm bieten wir Ihnen einen integrierten Ansatz zur Genesung. Auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, ist Teil unseres Lebens. Aber Zufall ist, wozu man niemals bereit werden kann. Hier in der Ken Walker's Clinic denken wir an solche unvorstellbaren Ereignisse. In der Innovationskunst probieren wir jeden Tag neue Pflegemethoden aus und tun alles, um das Unglaubliche zu bewältigen. Physiotherapeuten von Ken Walker's Clinic, Bewegungsexperten verbessern physische Funktion unter Berücksichtigung auf Zusammenarbeit mit Patienten und auch auf Umweltfaktoren. Durch Zuhören seiner Bedürfnisse und Erwartungen verwenden wir individuell ausgewählte Aktivitäten, um den Patienten zu rehabilitieren. Mit multidisziplinärem Team der Klinik nimmt der Patient an Erstellung und Erfüllung seines Rehabilitationsplans teil und hält dabei ständig den Kontakt zu seinem Therapeuten. Während der Rehabilitationsbehandlung setzen wir Ihnen Ziele und beobachten die Endergebnisse. Die Ergotherapeuten der Ken Walker's Clinic ermöglichen den Menschen wieder an der alltäglichen Tätigkeit maximal selbstständig teilzunehmen. Ergotherapeuten bewerten die Lebensumgebung des Patienten und ändern sie für bessere Folgen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse. Und das Kliniklabor besorgt den Patienten mit passenden Hilfsmitteln. Die Aktivitäten des alltäglichen Lebens verbinden den Patienten mit realer Welt und der erlehnt von Anfang an die Erledigung der einfachen und komplizierten Handlungen. Angepasster Erholungsraum gibt ihm Möglichkeit, sich in der realen Welt zu bewegen und mit Sportaktivitäten zu beschäftigen. Der Ohnumschränkewille der Bewegung ist der entscheidende Faktor vom Patienten-Einschluss im Prozess der physischen Rehabilitation. Körperliche Aktivität ist das Gesetz der Gesundheit. Die Pflege, die man verdient und Resultat, das man will, findet man in Ken Walker's Clinic. Damit ein Patient in sein Leben zurückkehren kann, braucht man mehr als physische Schwierigkeiten zu überwinden. Während der gesenkten Motivation erhöhten Stresses oder schwieriger sozialer Integration sichert die Verbesserung von psycho-emotionalem Hintergrund und der Adaptation unserer Patienten in der Gesellschaft die Kunsttherapie. Neben Physio-, Ergosprach- und Gesundheitstherapien helfen sich die Patienten auch gegenseitig. Hier finden Sie die motiviersten, hochqualifizierten, zertifizierten Ärzte und Therapeuten, die dafür arbeiten, revolutionäre Verwandlung in der Ergebnisse der Patienten zu erfolgen. Das Team der Ken Walker's Clinic ist mit permanentem Weiterbildungsprozess versorgt. Zu dieser Richtung unterstützen uns die Partner aus den USA. Die Ken Walker's Universitätsklinik für Rehabilitationsmedizin ist ein Bildungszentrum für zukünftige Fachkräfte im Bereich der Rehabilitation. Die Klinik ist die erste in der Region, wo die Beherrschung der medizinischen und physischen Rehabilitationswissenschaften möglich ist. Hier befindet sich die komplette klinische Rehabilitationsbasis der Staatlichen Medizinischen Universität Tiflis. Das akademische Personal, das in der Studenteneinbildung einbegriffen ist, arbeitet stets in der wissenschaftlichen Richtung. Unser Motto ist, helft dem Patienten damit, der möglicherweise in sein Leben zurückkehrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier bedate� Apps und lecture bettereds Come mitt. Untertitelung des ZDF, 2020